Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Opera-Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie ich Opera als Standardbrowser festlegen kann. Das ist eigentlich ganz einfach und wird auch relativ häufig gesucht. Und ich muss dafür gar nicht in Opera, ich bleibe hier einfach mal auf meinem Desktop, gehe in die Suche und hier gebe ich nun ein Standard und dann werden mir hier schon die Standard-Apps vorgeschlagen. Klicke ich das an, öffnet sich ein Menü und wenn ich ein bisschen nach unten scrolle, kommen wir zum Webbrowser und normal benutze ich Google Chrome, aber für dieses Tutorial werde ich das mal auf Opera umstellen. Klicke ich das an, habe ich bereits meinen Browser geändert. Von daher ist es relativ einfach Opera als Standardbrowser festzulegen, wenn man weiß, wo sich die Funktion versteckt. Das war es dann an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Shavo. Ciao. Bis dahin, euer Shavo. Bis dahin, euer Shavo. Bis dahin, euer Shavo.